Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Commentary of the Gamecutey. Heute wieder mal vom Lars. Ja, hier direkt der erste Fail. Das war ein kleiner Aufnahme-Fail von HD-PVR, aber man ist ja passend zum ersten Kill wieder da. Und zwar heutiges Thema, wie spielt man frei für alle. Ich weiß, normalerweise sollte man wissen, wie man da spielt. Ich meine, haben schon genug große Kommentatoren gemacht. Und ich denke mal, das Spiel ist schon so lange raus, dass man es auch irgendwann selbst drin hat. Aber es gab, ich glaube, drei oder vier Anfragen, ob ich nicht noch mal sowas machen könnte. Denn ich glaube, TheUltimaman oder irgendwie sowas hieß, der war der Letzte, der hat noch beim letzten Video gefragt. Dann hatte ich mir gedacht, ja komm, wenn noch halt Interesse besteht, mach's das mal. Hier sieht man auch schon den ersten Punkt, halt man sollte vernünftig spielen können, weil sonst kann man das ganze Thema vergessen. Weil wenn man kein vernünftiges Aim hat, dann hat es auch keinen Sinn, mit Taktik zu spielen, weil dann hilft eigentlich nur Campen. Und Campen ist mit Abstand die schlechteste Lösung. Ja, erstmal zur Klasse. Das ist jetzt in dem Fall eine AK-47 mit Vollmantel. Es ist theoretisch schon der erste Fehler, denn man sollte normal mit Schalldämpfer spielen. Denn durch den Schalldämpfer wird man halt logischerweise nicht auf dem Radar oben angezeigt. Und so können halt die Gegner einen beim Schießen nicht sehen. Aber ich dachte mir, hm, ich spiele am liebsten die AK mit Vollmantel, weil mit Schalldämpfer finde ich sie total scheiße einfach. Das klingt total dumm. Und hier natürlich direkt der erste Tod richtig unnötig beim Claymo hinlegen. Der ist vermeidbar, aber es war einfach Pech. Und das Gameplay wird auch 30-1 ausgehen. Das heißt, es war der einzige Tod. Ich wollte eigentlich einen 30-0er spielen, um halt ein perfektes Beispiel oder Vorzeige-Gameplay zu haben. Aber ich dachte, mal auf den Tod kann man jetzt verzichten, weil es war halt einfach unglücklich, dass genau in der Sekunde der Gegner rumkommt. Ja, wieder zurück zur Klasse. Wenn man dann den Schalldämpfer drauf hat, dann hören die Gegner einen schlechter und man wird halt nicht angezeigt. Das verhindert halt, dass man die Gegner zu sich lockt. Wobei in dem Fall, wie ich es gemacht habe, durchs Patrouillieren, habe ich sie so ein bisschen angezogen. Dementsprechend musste ich nicht unbedingt weiter weglaufen, um die Gegner abzufangen. Jetzt zum angesprochenen Thema Patrouillieren. Besucht euch am besten ein Haus. Also nicht unbedingt ein Raum oder so nur, sondern wie hier mit den Gängen und einer schönen Übersicht. Das beste Haus, wo ihr einfach zum Beispiel die Hälfte der Map, wie in dem Fall, das nehmen wir zu öffnen Stellen, habe ich die Hälfte der Map im Auge. Und so könnt ihr euch halt auf diesen Bereich beschränken. Und könnt dann halt alles wegholen, was vorbeikommt. Und damit es nicht ganz zu langweilig wird, weil manche meinen, das wäre schon Campen, was ich jetzt nicht finde. Denn beim Campen sitzt man hinten hinter einer Ecke oder zumindest zielend auf irgendeinen Eingang und wartet, dass jemand vorbeikommt. In dem Fall patrouliere ich ja und gucke mal rechts, links und Visier halt auch an. Aber ich warte nicht, bis jemand vorbeikommt, sondern wenn ich keinen sehe, gehe ich auf einen Zoom raus und laufe weiter. Und damit es halt nicht so langweilig wird wie hier, ein paar Ausflüge nach draußen ist kein Problem. Nur halt immer bedenken, immer defensiv spielen, wenn ihr dann eure Position da habt. Und das Wichtigste ist eigentlich die Claymore. Die Claymore ist halt zumindest bei MW2, also bei MW2, ich sag's mal so, bei MW2 ist sie wichtiger, denn da wird sie nachgefüllt durch Plünderer. Und so könnt ihr immer beide Eingänge absichern. Manchmal auch wieder, ja, nur Camper sichern ab, aber das stimmt nicht, weil so brauche ich mir keine Gedanken machen, dass plötzlich einer hinter mir steht, sondern wie gerade, ich weiß, hinter mir ist alles sicher und ich kann mich komplett auf mein Aiming konzentrieren. Ja, zu den Abschussserien ist es eigentlich egal, denn man kann mitnehmen, was man will, aber ich würde empfehlen, die Drohne auf jeden Fall einzupacken, denn die Predator, finde ich, bringt nicht unbedingt was, weil der eine Kill kann sie darauf verzichten, dann nimmst du lieber eine Drohne mit und sie ist so halt für einen bestimmten Zeitraum deine Gegner auf dem Radar, was dir im Endeffekt wahrscheinlich dann doch mehr Kills bringt. Jetzt wie eben schon gesehen, wenn der Gegner in die Claymore rennt, Plünderer hat man ja nun mal dabei, blaues Päckchen einsammeln und neue Claymore setzen. Darauf müsst ihr achten, dass ihr sie auch öfters mal ein bisschen anders positioniert, denn ich meine, die meisten Gegner sind nicht blöd und gucken dann, wo die sind oder werfen Blendgranaten, aber es reicht schon, wenn sie einfach in einem anderen Winkel steht, dass man sie halt nicht sieht, wie gerade rechts, dass die Gegner dann halt trotzdem überrascht sind und nicht damit rechnen und so öfters dann auch wieder reinrennen, wie hier. Ich habe die meisten Kills fast durch Claymore, denn immer weiter einfach die Claymore gesetzt und die Gegner haben es einfach nicht verstanden, das waren glaube ich auch nicht die Besten, sonst erspielt man nicht so schnell ein Gameplay und die rennen halt einfach immer weiter rein. Ja, zum Gameplay selbst als Tipps war es das jetzt eigentlich. Denk mal, wichtig ist auch noch, dass man halbwegs gutes Internet hat. Bei mir ist das Problem, ich habe eine 1500er Leitung, die schlechteste, die es hier in Deutschland gibt und dadurch habe ich so mal Probleme, da irgendwas Vernünftiges an der Internetverbindung zu bekommen, aber wenn man gut genug spielt, kann man das halt so ausgleichen. Eigentlich der beste Tipp ist normal Gaming-Headset benutzen, aber in dem Fall dachte ich, nicht jeder hat Gaming-Headset, deswegen habe ich das rausgelassen. Ansonsten Gaming-Headset und Ninja du hast einfach jeden Schritt, das ist halt bei mir noch der große Vorteil. So, jetzt hier wieder meine Claymore, da sieht man wie effektiv die sind. Für den letzten Abschluss und dementsprechend zum 30 zu 1 und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.